Wenn Kunst auf Literatur trifft, wird es im Brüder-Grimm-Haus in Steinau an der Straße märchenhaft. Erleben Sie mit Ihrer Familie einen unvergesslichen Tag im weltweit einzig noch erhaltenen Wohnhaus der Familie Grimm. Unsere Virtual Reality-Führungen sorgen bei Ihrem Besuch für ein einzigartiges Erlebnis. Lassen Sie sich von den original erhaltenen Wohnräumen und Werken der Brüder Grimm sowie den immer wieder wechselnden Sonderausstellungen bekannter Künstler begeistern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Einblick in das Leben des spanischen Künstlers Salvador Dali, der als Bildhauer, Bühnenbildner und Schriftsteller zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Surrealismus zählt? Tauchen Sie gemeinsam mit uns in eine Welt ein, die unser Dasein maßgeblich geprägt hat. Dazu brauche ich eine Welt. , da ist unsere Zeit Untertitelung des ZDF, 2020